Hallo, grüß dich, wir sind wieder da, Puddle 2 Gar nicht wahr? Wieder mit mir und mit dem Robin Hm, wer? Und wir sind letztens bis... Oh, ich komme Level 2 Wo geil bin ich? Und Level 3 Wir haben die zwei abgeschlossen Wir müssen jetzt zu 3, ab durchs Portal Ui NEIN Ich weiß schon, dass du da überstehst Mann Du bist doch nervig Was, ja, wenn ich wäre, dann bin ich nervig Ja, na klar Wir stehen da Werde ich bloß Was ist die Montage? Kann man... Oh Gott Steh nur den Weg mit dem... Metall, all die Straßensituation Jetzt gehst du immer in die gleiche Gehst du immer in die gleiche Seite wie der andere Oh Das ist doch wahr Ich wollte dir eigentlich nur aus dem Weg gehen Mhm Es ist so eine Situation, wo man auf dem... In der Fußgängerzone auf einen Zug geht und man weicht auf dieselbe Seiten aus Beide gleichzeitig Diese Strecke wurde von den Menschen erschaffen und dann aufgegeben Oh mein Gott Wieso oft schaffen sie etwas Wundervolles und lassen es dann fallen Wisst ihr, warum sie diese Strecke aufgaben? Zu tödlich Gar nicht wahr? Zu tödlich Gar nicht wahr, so ne Lügnerin Hm, Trinkwasser Husten Hehehe Das ist rum, mein Ich... Oh Gott Ah, hab's gewusst Hehehe Äh, achso, ja gut, entschuldigung Ich hätte gedacht, du bist auch schon Ey, das ne Katsa, 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 katsa Wehe, ich bin ich nicht so in Trolllaune Ne? Mmh, Gott sei Dank Ja, das müsste ziemlich einleuchtend sein. Wow, oh ja. Ey, ihr lauft einfach hinterher. Was, das war's? In den Ring, in den Ring. Wo sind wir jetzt? Level 3 oder so? Oh ja! Ich lebe Dinger. Hui! Ach ja. Ähm. Ähm. Naja, ich kann hier nichts mit den Portalen machen, weil ich hier sonst immer wieder in das Thema zu der Passionsfeld komme. Also musst du... Au. Ich müsste schon drauf. Danke. So? Genau, danke schön. Jetzt geh ich da... Das ist dann in eine verkehre Richtung oder so? Oh, okay. So, ich bin selbst. Müsst du? Ja, der da unten. Der Würfel, siehst du den? Hä? Achso, die Kugel da oder so? Den nimmst du nicht mal. Warte schon, was wir sind. Weil ich werde jetzt ganz einfach machen. Du wirst jetzt auf das Ding springen. Noch nicht. Noch nicht. Hab mich vertippt am Portal. Und drauf mit dir. Oh, okay. Und jetzt? Ah, wohin wohl? Hm, da könnte vielleicht ein Knopf sein. Oh! Oh mein Gott, da drüben. Ja, super. Mit meinem fetten Ball in der Hand, Herr. Das ist ja der Chess. Seid ihr schon auf die eine gute Eigenschaft der Menschen gekommen? Ich gebe euch einen Tipp. Es ist die eine Sache, die ihr nicht könnt. Äh, pervers? Perverser Computer. Ich zähre. Schäm dich, Computer. Ego, das ist klar. Das ist krass. Die eine Sache. Es gibt aber mehrere. Lachen zum Beispiel. Können wir lachen? Ja, können wir. Ja, wir können uns so tun als was machen. Ich hoffte, diese alten Tests könnten mir wieder ein wenig Freude bereiten. Doch selbst euer angestrengtes Versagen beglückt mich nicht. Oh mein Gott, das ist das jetzt. Müssen wir mal... Ah! Hä? Ich bin, warte mal kurz, ich bin Gott maximal verwirrt. Ja, ähm... Ja, ähm... Tu mir einfach einen Gefallen und bring uns hier nicht um. Okay, mehr wirklich nicht. Ich habe gesagt, bring uns hier nicht um, du Arme. Oh mein Gott! Das ist ein guter Ansatz. Das ist ein guter Ansatz. Ja, das ist ein guter Ansatz. Und jetzt? Komm mit zurück. Okay. Und durch. Okay. Ähm... Oh! Das ist mit der. Und jetzt? Komm mit zurück. Und durch. Ähm... Doch... Doch... Los, Eduard. Mach mal. Da dran. Ach so. Okay, ja. So geht's an. So, dass wir nicht durchgriechen müssen gerade. Okay. Ja, du bist doch blöd. Sehr gut gemacht. Ihr habt nur... Ein... Mal in diesem Test versagt. Nicht, dass das wichtig wäre. Also Glückwunsch zur Bewältigung der Aufgabe. Ich wünsche dich zu anderen Leuten. Wink, wink. Hallo! Guten Abend! Na ja. Der Radioscreen ist nur so das Interessanteste, was man angucken kann, finde ich. Äh... Wirklich. Einer meiner besten Tests. Und die lassen hier Pflanzen wachsen. Unfassbar. Man kann Pflanzen nicht testen. Wir haben es versucht. Sie halten alles aus und zeigen weder Schmerz noch Furcht. Unwissenschaftlich. Da. Hoch. Da. Siehst du das da? Äh... Stell dich drunter. Also hier auf die Brücke. Die Lichtbrücke. Böö? So. Fang es auf. Fang! Los! Ups! Frag es auf! Frag es auf! Frag es auf! Ah! Frag es auf! Frag es auf! Tja. Ich musste, wir müssen, darüber. Komm. Und dazu in der Netz. Ich bin halt in der Tests. Test. So. Okay. Nicht durch! Was? Nicht durch... Kein Fisch zurück... Nein! Nicht durch! Jetzt durch! Ah, jetzt doch, okay! Da 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 da! Oh mein Gott! So, jetzt muss ich überlegen wie ich selbst durchkomme! da wird machte ich schon ach so du musst ja du musst hier meine Paralle setzen einfach äh das war so, wo man geht Platz für den König ja dann geh auf Z Oh ja wohl Oh mein Gott, bis ich schon komme Da blockiert man voll bei dem Blockdingen, so Okay, warte mal Wo? Hä? Ich kapier das nicht Hm, warte Warte, hoffentlich geht es mich nicht selbst Doch, hoffentlich geht es mich nicht selbst Ah, nein, nein, nein Wo müssen wir eigentlich hin? Ach, das war ungewollt Ich wollte nicht da, ich wollte es Da Dankeschön, dass du es für mich getestet hast Okay Boah, ich hätte fast noch selbst jetzt was da rein Ähm Oh Wir müssen da hin, okay, stimmt Ja, wie witzig Ich laufe, du bist in die falsche Richtung Du bist in die falsche Richtung laufen Das ist mir da zu zwungen, dass ich da in die Richtung laufe Hervorragend Ja, leckerli Immer, leckerli Immer, leckerli Immer, leckerli Ah, leckerli, leckerli Leckerli Keine Belohnung Boah Wunder, dass bei dem Dreckswasser überhaupts Pflanzen wachsen, ne? Müssten die da nicht orange und und sein und und schreien so BITTE TÜTE MICH BITTE TÜTE MICH Hahaha Scheiße Du musst einfach nur links und rechts, äh, benutzen Links und rechts benutzen, der Idiot Hahaha, mein Gott Jawohl Nein, du musst gestoppt Nein Wieso? Das ist ja doch Ich wüsste nicht, was du machst, aber ich bin schon durch Das geht auch ohne, das geht, das kann man sogar einzeln machen Testpannung Wusste ich gar nicht Ja toll, und jetzt? Du stehst mir voll im Weg Hahaha Ja, ich bin ja heute, nein, ich bin ja heute gemeint in Trolllaune, ja? Nö, 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 nö Schrecksekund Hm, was ist denn der? Oh, okay Oh, das sieht hübsch aus Da kann man runterspringen Okay Da kann man nicht runterspringen Für Leute, die Höheangst haben, sollen da runterkommen Runtergucken Oh, schade, da ist was Nein! Hahaha Scheiße Scheiße Das verzögert nur das Unvermeidliche Müsst du jetzt den ganzen Trick nur mehr machen, oder was? Nö, da, Alter Ich hab nur ne witzige, ich weiß nur, wie es geht Oh mein Gott Da Da Jetzt Oh Wie du da rein gekommen bist Das ist gruselig, das ist gruselig So zu springen Aber es funktioniert Es funktioniert, ja Ah, da kenn ich nen Bug Hier kenn ich nen Bug Der ist mir mal aufgefallen Guck mal Ähm Ähm Wie kommen wir jetzt Warte kurz Ich muss n Wir müssen noch rüber Alter Nein, böse Scheiße 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 Ähm Fuck Hahaha Was? Ich hätte gesagt, ich zieh's mal ein bisschen durch Äh Fuck Falsche Richtung Ui, nein! AAH! AAH! Was hast du denn nur gemacht? Ähm Gestorben Ja Ich bin gestorbene Hallo Ich war ja schon fast da Ich war ja schon da Da Nochmal durch Durch das Portal Was ist Eduard Nein Oh Mann, Schatz Das war schön da runter Was machst du? Ja, was denn Da runter Nein Ja, ja Ja, ja Ja, was klappst du, ich grad Wo klappst du, ich grad Lass mich da durch Lass mich da durch mal gehen Ich will dir was zeigen Mach nochmal da hoch Oh Da Zu dem Ding da Und dann Ja, genau Und dann lässt du mich nochmal da durch, zu dem anderen. Geh mir nochmal zurück, du. Das andere Ding. Das andere Ding. Das ist das. Ja, genau. Das muss ich dir jetzt zeigen. Guck mal nach oben. Oh. Tja. Oh mein Gott. Ramira hat ein Problem bei dem Schild. Ist das denn normalerweise in der Wand versenkt? Nein, ist das nicht. Nein, dass es nicht in der Wand versenkt. Da kann man auf dem Schild stehen. Ja, ist ja, realistisch. Aber das ist nicht das Sinn und Ziel. Das Ziel von dem Ding. Deswegen werde ich dir helfen. Können wir da jetzt bitte drauf schauen. Ähm. Ähm, das ist gut. Ähm. Ja. Ähm, ähm. Ähm, ähm. Da drunter stellen. Warte, warte. Was? Nee, nee, nee. Du sitzt da. Da sitzen dein Portal. Du setzt den Portal an. Und da sitzt du dein Portal an.